So, hier wieder das Beringendste, was es gibt. Bombe gegen Bombe. Und ich mach sowas immer gerne, einfach just for fun. Ach, schön. Zockerraum und ein kleiner Spendemann. Nein, denn... Doch, ich krieg gleich genug Schlüssel noch. Hoffe ich. So ungefähr hier. Nein. So weiter hier. Nein, verdammte Scheiße. Aber egal, da fahren wir den Raum hier. So. Und ich mal was zum Geldhaus geben hier. Ach, jawoll. Ach, genau das brauche ich. Oh, das brauche ich auch. Gib, 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 gib. Ach, ich will die Mitte nehmen. Ach, gib her. Los. Ach, komm, Full-Helf-Pille. Oh, Bad Gas. Schade, schade, schade. Jetzt habe ich die Bad Gas-Pille eingesetzt. Eingesetzt bin ich. Hätte ich, glaube ich, eh nicht mitgenommen. Weil Hanged Man ist einfach. Obwohl, besser will ich nicht sagen, aber in manchen Fällen praktisch, ja. So, nur noch ein Herz und dann kann ich erstmal schön spenden gehen. Komm, gib her. Mitte. Ach, Mann. In der Mitte, äh, der, 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 der in der Mitte da, der. Wie heißt das nochmal? Das ist Becherspiel, da mit Totenköpfen halt. Der hat da, oh, aber auch seine Tage irgendwie oder so. Komm, gib her. Ach, Mann. So. Ja, Geld könnte man natürlich geben, aber ich brauche es nicht so wirklich. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was ich mir geben will. Egal. Ich habe es ja nicht bekommen. Ich will noch ein paar Schlüssel und dann einfach nur noch Herzen haben. Komm, gib her. Ach, meine Fresse, ey. Ich nehme jetzt nur noch den linken von den Schädeln, dann habe ich immer einen kürzeren Weg und... ähm, dann irgendwie so, keine Ahnung, habe ich immer eine 1 zu 3 Chance halt, die ich irgendwie auch so immer habe und, keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, was ich gerade rede. Aber ja, die sind natürlich immer gut. Alter, der hat mir 11 Cent gegeben, geil. Habe ich auch noch nicht gesehen, um einem 2 Nickel. Ach, schön. Endlich konnte ich mal was spenden. So. Jawoll. Hätte sich schön im Kreis laufen. Der Cothaufen. Und Freddy Fly. Ach, schön. Ich würde ja eigentlich wiederbelebt werden, aber... Dafür gebe ich jetzt mal einen Abpilz nicht her. Ich mache einfach nur noch so, bis ich 4 Herzen habe. Also mit dem blauen Herzen, nee. So, und da ist noch ein halbes. Gebt mir noch mehr Geld. So, hier mache ich jetzt erstmal 40 Cent runter und dann gehe ich jetzt mal weiter. Ja, das kann natürlich noch dauern, wenn der mir immer wieder Geld gibt. Wie viele Nickel ich hier schon bekommen habe. Ich glaube, ich nehme mir jetzt zwei oder drei Wands drauf. Ich habe gerade... Ich hatte jetzt zwei Wochen nicht aufgenommen, weil ich brauchte halt nicht aufnehmen und... Ja. Und gleich könnte ich mehrere Parts am Tag hochladen, aber der ein oder andere weiß vielleicht, das geht nicht so gut wegen meinem Internet. Zu beinem Ding auf Isaac hat zwar ziemlich kleine Parts von einer Megabytegröße her, aber trotzdem wären zwei Parts doch ein bisschen zu viel. Und jetzt nicht nur wegen der Upload-Zeit, sondern allgemein, weil halbe Stunde von einem Projekt, das wäre mir ein bisschen viel am Tag. Ja, man könnte auch zehn Minuten Parts machen, aber... Also dann zwei Zehn-Minuten-Parts am Tag, aber... Das wäre mir auch ein bisschen aufwendig und ich bleibe einfach bei Viertelstunden am Tag und ich denke mal, ihr seid bitte auch nicht böse. Und auf jeden Fall, wenn man... Jetzt, wo ich so lange nicht gespielt habe und jetzt habe ich so richtig Lust auf das Spiel, das ist unglaublich. Und ich liebe dich. Das nehme ich und das nehme ich. So. War ich da schon drin oder war da jetzt einfach nichts? Ich glaube, da war ich schon drin. Okay. Ach, ich wollte gerade sagen, ich hätte man machen, aber brauche ich ja gar nicht. Äh. So. Äh, was hast du jetzt gemacht, bitteschön? Ach, du hast mir eine Pille gegeben, danke. Ach klar, für die Pillenbox war das wahrscheinlich gerade der Effekt. Gibt es überhaupt eine Pillenbox? Es gibt die Kartenbox. Ja, doch, so eine Pillendinge, das gibt es auch. Ich wollte die Bombe eigentlich aufsammeln, aber... Lass mich stecken. Oh, Alter, so viel auf einmal ist nicht cool. Oh nein, oh Gott. Ist alles andere als cool. Okay, einer ist ja, nix hier. Oh nein, ich hab doch... Ach, egal. So, Bombe. Was war hier jetzt für eine Karte? Ach, genau, so. Hang it, man. So, im Casino habe ich alles kaputt, außer den Blutspendenautomaten. Ich glaube, wenn das so weitergeht, kriege ich den auch nicht mehr kaputt. Ich passe es einfach richtig gut auf, weil ich einfach den Automaten richtig gerne hätte. Und dann passiert es noch was. Oh, toll, Alter. Ja, natürlich. Eng mich doch noch mehr ein. Alter, man, wie die mehr auf den Sack gehen, die Gegner. Ach, toll. Ja, und dann auch die Gegner. Alter, komm, Hang it, man, ey. Ist einfach jetzt gerade echt besser. Was war das denn jetzt, bitte? Nein! Er hat mich getroffen. Oh, ich hab... Oh Gott. Ich bin gerade so glücklich. Ich hatte ja... Oh. Ich dachte gerade echt, scheiße, fick dich. Und oh Gott, geil. Huh? Ach so, der hat... Ich dachte, der ist das Ding, als ich ein Monstro verwandelt, dadurch, aber... Das war der Effekt vom Zahn, der Monstro einfach auf den Gegner fallen lässt. Aber in dem Moment war das Ding noch gar nicht gespawnt, oder wollte sich gerade wegteleportieren und hat dadurch nichts gebracht, was scheiße war. Zum Glück hatte ich diesen Dingen da gerade drin. Okay, da haben wir den Boss. Wenn wir Glück haben, ist hier gleich Pestilenz und wir dürfen den zweiten Kopf mitkriegen. Wenn aber auch nur. Und ich... Boah, ich hatte gerade echt gedacht, bam, wir sind weg. Und das ist einfach ein Scheißgefühl, wenn man in der Aufnahme ist und weiß, ach scheiße, das musst du gleich noch hochladen. Weil irgendwann mal... Ach, komm. Ich krieg dich kaputt. Ach, komm. Ich spreng dich aber noch nicht weg. Das mach ich erst gleich. Ich hol mir jetzt erstmal noch das ganze Herz da unten und klatsche erstmal den Boss. Und dann, wenn der mir noch ein HP-Level abgibt, dann spende ich da noch das eine oder andere Herz rein. So, erstmal hier das Herz holen. Und jetzt erstmal hier. Ach, das ist ja Mom! Oh, ja dann. Ja, dann. Ja, komm, ich lasse das jetzt einfach hier unten aufs Auge drauf. Oh, na, das war schlau. Ja, schön. Er lässt doch mal deinen Fuß hier runterknallen. Oh, toll, ich bin reingelaufen. Ich bin schon wieder reingelaufen. Okay, jetzt mach ich's einfach ganz normal. Das ist mir auch egal. Alter, am Abend sterben, das wär jetzt echt scheiße. Boah, wie ich die Hände hasse. Es sind nur zwei Gegner hier drin und das macht mir grad schon ein bisschen Angst. Weil da auch ein dritter kommt. Genau der. So. Gib mir bitte ein HP-Level ab, ey. Was macht denn dein Wirtel? Speater? Yo! Yo!